Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Wir sind hier bei One Punch Man im Hauptquartier angekommen und müssen einen wichtigen Auftrag entgegennehmen, denn die Stadt befindet sich in einer Krisensituation und überall werden Monster gesichtet. Also, lass schnell Like, Kommentar, kostenloses Abo da und wir legen natürlich in der Zwischenzeit schon mal direkt los. Wir sind zwar etwas zu schwach, aber wir werden trotzdem rausgeschickt. Wenn du übrigens mal Bock hast, gegen mich zu kämpfen, One Punch Man, dann einfach gerne PSN- und Discord-Namen dalassen oder in die Videobeschreibung schauen. Da hast du nämlich auch den Einladungslink zu meinem Discord-Server. So. Jawohl, ich habe auch absolute Konfidenz in unseren Success. Successen. Denn ich habe einen Stuhl, ich habe einen Stuhl, ich bin König von Schwarz. Okay, dann müssen wir jetzt Personenschutz- und Evakuierungsleitung machen. Was sind denn die Aufgaben? Erziele ein K.O., Dreier-Kombo oder höher und mehr als 30% LP. Ja, easy, Alter. Das sollten wir ja mit einem S-Krank hinkriegen. Cool. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt nice. Und es gibt mir wieder Zwischensequenzen. Oh, Genos. Geil. Oh, yeah. Keine Sorge, ich komme zur Hilfe. Ja, ich kämpfe mit Genos an einer Seite. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Ich muss mich vielleicht ein bisschen aufsetzen. Sonst kriege ich direkt wieder auf den Sack. Okay, ich kaufe dir ein bisschen Zeit. Geil. Geil. Okay, du kannst dich auf mich verlassen. Drei, zwei, Risiko. Oh, shit. Oh, shit. Komm du closer. Oh mein Gott, dir ist das ausgewichen. Okay, dann geht's. Oh nein, du lässt den Zügel auf, du Idiot. Ja. Komm, du kannst dich auf mich verlassen. Oh Gott, ich bin auf die Zügel laufen. In den letzten acht Sekunden. Fuck. Fehlschlag. Ja, verständlicherweise. Ich will direkt die Revanche. Oh, fuck. Oh, fuck. Also, so war das nicht geplant. Alter, die hat auch mal sinkt, ne? Krass. Oh, guck mal. Alter, ist die Zeit. Ja, geplant, natürlich. Oh, ich muss wieder ein bisschen Zeit drauf. Ich höre wieder acht Sekunden. Oh mein Gott, ich muss doch nur acht Sekunden durchhalten. Kann ich auch einfach acht Sekunden nur weglaufen? Heiilige Mille. Reißen, ich will sie zu. Oh nein, er läuft auf sie zu. Komm auf. Oh, nicht auf sie zu laufen. Ich laufe einfach die ganze Krippe weg. Nein, nein, ich komme nicht, ich komme nicht closer. Ja, einen Schlag konnte ich hier noch verpassen. Damit hat sie nicht gerechnet. Geil. Genos, du machst das. Saitama, wie geil. Ich bringe mich alle auf einen Schlag um. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Alter, ich kämpfe mit Saitama. Soll ich schnell oder langsam machen? Ich mach sie. Ich mach sie. Ich mach langsam. Bumm. Sie hat mich zweimal treffen dürfen. Saitama ist so OP. Moskitos. Was ist das? Was ist das? Ich bin Genos, ein Cyborg, und ich kämpfe für die Justiz. Bitte, sag mir deinen Namen. Oh. Es ist Saitama. Ich will auch dein Disciple werden. Das hat er bei uns auch gesagt. Keine Chance. Ich schaue nicht für Disciple, okay? Bitte! Master. M- Master? Hey, do not even think about jumping ahead of me in line to become Master's Disciple. Hallo? Master does not need any more than one Disciple, and not one is I, Genos. Now leave. I came to Master first. Your sideswiping-Taktics will not be tolerated. Oh oh, ich glaub, Genos mag uns nicht. Weil wir uns versuchen. Oh mein Gott. Er wird versuchen, gegen uns zu kämpfen. Enough. The rest is up to Master. Oh Gott, Saitama, was Lust zu sagen. Guess I'll head home. You're really pumped up, bud. Okay, Elfgang. Saitama entscheidet gar nix anscheinend. Okay. Damn. Neuer Charakter, Moskito Girl. Okay, cool. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine harte Arbeit bei der Untersuchung des Einsatzgebiets. Wir werden dich bitten, diese Angelegenheit weiter zu untersuchen. Okay. Schau mal, wie stark ich jetzt geworden bin. Ja, so stark war ich nicht. Ich bin ja weggelaufen vor ihr. Aber man muss auch wissen, wann man wegläuft. Wann man kämpft und wann man wegläuft. Versteck gesuchter Monster. Okay. Nach den Berichten über suspekte Forschungsarbeiten. Ah, das ist so cool. Das Haus der Evolution. Da kämpft er gegen diesen Borkenkäfer. Das ist so geil. Seit einiger Zeit treibt ein gefährliches Monster im Hinterhof-Bezirk sein Unwesen. Mega. Ich soll das Monster besiegen. Oh, wie cool. Ich kann noch mehr Missionen im Hauptbeispiel machen. Geil, 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 geil. Also hier haben wir... Oh mein Gott. Level 3 von der Schwierigkeit her. Okay, wir probieren es mal. Wir probieren es mal. No risk, no fun. Ich will wissen, wie stark drei Fäuste sind. Eliminiere das Monster. Wir sind selbst das Monster. Oh shit, wir wissen die denn. Kriege ich Unterstützung. Und gelassener Held ist meine Unterstützung. Ja, toll. Oh, der hat uns geblaschen. Stief cool. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, der kann ein bisschen was. Oh, der ist nicht schlecht, der Junge. Okay. Ein Äscher. Ich kann noch nicht mehr vor. Okay, der Chronic Mask ist auch noch da. Oh fuck. Drei, Zwei, Riefer! Und wir beenden es mit... Oh nein! Und wir beenden es mit... Oh fuck, mitgetroffen! Ein Erscherungskanone! Gotcha, Bitch! Wenigstens hast du fair gekämpft, so gefällt mir das. Du hörst mir nicht mal zu. Ja, war nur ein B-Rang. Okay, also der ist schwerer als gedacht. Aber wir haben einiges an Punkten auf jeden Fall erhalten. Aber ich kann natürlich einen B-Rang so nicht stehen lassen. Deswegen müssen wir es auf jeden Fall noch mal machen. Also, starten. Und ich weiß, der wird uns von Anfang an angreifen. Also versuche ich, ein bisschen defensiver zu spielen. Und erst mal zu blocken. Und ihn dann mit meiner Konvo platzumachen. Oh, das ist tatsächlich gut. Oh, das ist tatsächlich gut. Oh, gute Kombi. Okay, das könnte auf jeden Fall besser werden. Ich merke, dass die Seite aus Weiten eigentlich besser ist. Ich will was gegen mich messen. Schön, dass die Sender besser werden muss. Aber ich weiß, dass die Sender besser ist. Boom! Geil. Hahaha. Das dürfte auf jeden Fall besser gewesen sein. Ja, Wollo! Es ist eigentlich so. So haben wir uns verdient. Perfekt. Level 24, sehr schön. This is how we do it. Sehr, sehr geil. Hey, und mir macht das Spiel unglaublich viel Spaß. Das ist echt cool. Wir nehmen noch eine bewaffnete Bande auch noch fest. Mega. Oh, ich hab so richtig Bock. Ich hab so richtig, richtig Bock. Das macht ultimativ viel Spaß, ich sag's euch. Das ist richtig cool. Samurai. Oh, es gibt keine Unterstützung. Okay, Blocker. Uh, okay, nicht block. War gut, Finn. Ja, wen wüsst du ja morgen hier? Blitzschläge. Platt, platt, platt gemacht. Und wegen Blitzschläge. Super IDK. Bestienfechterlehrung. Boah, das ist ein Hobby. Silberpeng. Tauschlag. Boah, Silberpengs Attacke ist echt stark. Ich glaube, das war gut. Oh, Master, mach das. Krass. Es rang, aber ganz easy. Heftig. Okay. Mega. Okay, ich komm langsam wieder rein, Freunde. Nehmt euch in Acht. Der IDK hat euch Schläge mitgebracht. Zweimal Todesstoß verwenden. Okay, easy Tiger. Ich mach die alle platt. Das ist geil. Das ist richtig geil. Kommt der Terroristen Gefahr zuvor? Oh, so würde ich gut mit das Erbe der Weisheit. Okay, ehrgeiziger Held. Okay, ich bin immer wieder auf AKG. Oh. Oh. Das ist hier, um den Tag zu retten. Ready? Oh. 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 Oh, you need my help? Oh, I'm not done yet. Oh. Oh. Okay. I'll kill you. I'll jump in on this one. I'm trying your check. Let's go. Don't you move. Angel. Now it's my check. Oh, just leave it to me. Just leave it to me. Perfect. Okay, run. Boom. Fine. Boom. Boom. Yeah. Huh? 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 Yeah. We have no chance to get it. Huh? 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 What attack was he done? Huh? 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 Okay, er ist gerade noch reingefrungen. Gotcha! Oder auch nicht. Bereit? Und... Boom! Super-Fan-A-Facke! Mega! Naja, ist leider nur ein Arang geworden, aber ein Arang ist noch okay für uns. Auf jeden Fall ein weiteres Level hochgekommen. Perfekt. Ordentlich Punkte. Es wird langsam, es wird langsam. B-Klasse, schon relativ weit. Ich siege die Gefangenen. Zweimal Torgestoß, dreier Kombo. Easy Tiger. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich liebe das, wenn es so viele Aufträge gibt. Das ist natürlich perfekt für uns zum Leveln. Ich muss aber langfristig nachgeschrieben. Mal der Meister-Hochstapler. Pui, Pui, Prisma ist dabei! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich muss auf jeden Fall es langsam mal ausdrücken. Ich muss auf jeden Fall es langsam mal ausdrücken. Pui, Pui! Pui, Pui! Pui! Pui, Pui! Pui! Pui, Pui! 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 Da sind wir wohl vergiftet worden, in der Folge. Mega. Mega, mega gut. So muss es sein. Nicht. Verengstückt der Mann. Ja, so sieht er aus. Motherfucker. Oh, fache. Er hat genau losgelassen. Perfekt. Er hat einen Zombie. Er hat einen Zombie. Der Zombie hat nicht geklappt. Der Zombie hat nicht geklappt. Oh, shit. Krass. Boom! Wo der Spielschlade wächst kein Gas mehr. Das ist nur ein B-Rang. Müssen wir nochmal spielen auf jeden Fall. Kann nicht sein, dass das... Ich kann nicht mit dem B-Rang... Das geht nicht. Ich kann nicht mit dem B-Rang nur ausgehen. Sorry, Leute. Das ist... Das ist der One-Punch-Man, ja? Da kann ich nicht mit dem B-Rang rausgehen. Nochmal starten. Ich weiß, es gibt keine extra Klassenpunkte. Es gibt zwar Level-Punkte. Aber trotzdem. Also, das kann mich so nicht stehen lassen. Why don't you... Ready? Huh? Huh? I'm here to help you guys out. Ready? Ready? Was ich Comby? Naaah. Blocken müssen. Oh, shit. Ah. Tee 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 tee. Tee 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 tee. Tee 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 tee. Tee tee tue... Ahh, nicht gut. Ich brauche dich genug. Long-Range, äh, nicht schwierig. Oh, nicht schwierig. Aber ich habe auch einen Long-Range gekocht. Na gut, wenn ich das natürlich gewusst hätte, dann müsste ich wieder keinen, dass du kam im C-Rang. Scheiße. Müssen wir noch mal spielen. Das müssen wir hinkriegen, dass es mindestens ein A-Rang wird. Vorher bin ich nicht zufrieden. Sorry, Leute. Anders geht es nicht. Alles andere macht auch keinen Sinn. Also, 3-2-Risiko. Schöne ich das. Oh, das ist ein Angst, dass das Piker hier ist. Oh, ich werde dir das. Oh, ich werde dir das. Nicht noch. Wollt ihr euch mit mir? Ich versuch mich einfach zu lassen. Uh, gotcha. Okay, das wird mir dran sein. Jawollo. That's what I'm talking about. So muss das nämlich sein. So muss das sein. Und nicht anders. Perfekt. Und dann haben wir noch zwei Missionen. Schauen wir mal, ob wir die gleich noch schaffen. Perfekt. Die müssen wir einfach alle nur besiegen. Okay, here I go. Ein wirklicher Schläger. Lustig. Federmostage ist auf jeden Fall dabei. Holy fuck, da hat sich gleich noch viel zu tun. So. Fuck. Oh, ich hab's geblockt. Okay. Okay. You have me to pretend with now. Just leave it to me. Ready? No, 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 no. Try blocking this. You have me to pretend with now. How do you like this? Boah. Mega. 3, 2, Riesel, Tarn. Oh. Oh ja. Keine Chance hat sie da gehabt. Stand die ganze Zeit nur noch mit dem Rücken zu uns. What? Das war nur ein A-Rang? Oh mein Gott. Okay, krass. Aber A-Rang ist trotzdem okay. A-Rang nehmen wir mit. Und mit dem A-Rang können wir auf jeden Fall guten Gewissens den nächsten Kampf machen. Last but not least. Besiege den manischen großen Mann. Wir müssen den nur besiegen. Dann kriegen wir eigentlich einen S-Rang. Let's go, Baby. 3, 2, Risiko. Der Mann ist die große Mann. Schneller. Star-Arm. Okay. Ich habe keine Helden. Oh, der hat wirklich einen schnellen Star-Arm. Aber ich mache ihn trotzdem还有. Dann bin ich auch schneller armen. Okay. aber leider nur eine b klasse also den müssen wir noch mal machen den kampf weil es ist der letzte kampf und der letzte kampf kann keine b zertifizierung nur sein das wisst ihr ja das geht natürlich nicht wir dürfen uns nur nicht treffen lassen von ihm am anfang sonst haben wir echt ein problem hast ein problem geh weiter besser ist das ist eine spreche hier das ist Da bringt der mit deinem Verteidigungsschub auch nix mehr, perfekt, ja, S-Rang, so muss das sein. Jawollo, und damit sage ich an der Stelle, das war der letzte Kampf dieser Folge, lass mir gerne ein Like, ein Kommentar, kostenloses Abo da, PSN und Discord-Namen, dann können wir es nämlich auch gegeneinander spielen und dann freue ich mich, wenn wir das nächste Mal weitermachen mit OnePunchMan und eurem Superhelden SuperIDK, bis dann!